Marik Frederiksen, ne? Also die Rockset-Sängerin, ich weiß wie sie aussieht, man kennt sie, ist leider verstorben. Damit fehlt der Band eine Sängerin. Ich weiß gar nicht, ich glaub die hatten noch Alben rausgebracht oder so. Musik auf jeden Fall, Rockset ist auf jeden Fall Name, ist bekannt. Also so hieß die Band und sie als Frontfrau war auch sehr bekannt, sehr bekanntes Gesicht, also mein herzliches Beileid für die Familie, das ist ein großer Einschnitt sowas und ja, ich hoffe sie singt im Himmel weiter.